Ein Baby! Schrecklich! Es kann sich kaum halten! Du helfst ihm doch! Sorry, man, doch wir können leider nichts tun. Unser einziges Sprungtuch wurde von Motten zerfressen. Unsere Rettungsleiter ist auf der Hinfahrt abhanden gekommen. Und wir kommen auch nicht ins Haus, weil der Hausmeister uns den Schlüssel nicht geben will. Kann denn niemand helfen? Hilfe! Hilfe! Das ist ein Job für... Du Fallmann! Er ist propös und diarös! Du Fallmann! Was um Himmels Willen! Brauchst du Hilfe? Bist in Not? Er hilft dir aus mit deinem Kot! Du Fallmann! Halt! Ja! Ja! Yes! Yes! Ja! Ja! Der Fall des Kindes wie fatal! Doch er wird gestoppt und zwar nein! Du! Ja! Ja! Das Haus! Es brennt immer noch! Ja! Er rette dich auf seine Weise! Drum stehst du tief in seiner Scheiße! Durchfallmann! Oh Durchfallmann! Hast du heute Abend schon irgendetwas vor? Ja! Ich gehe auf eine Aftershow-Party! Ja! Ja!